Friedhof, chinesische Friedhof, da gibt es dann auch schon viel bei uns auf Lombok, besonders hier im West-Lombok, da steht auch chinesisch drauf, sind auch schon viele so Drachendekorationen, also Drachen sind irgendwie heilige Tiere, Baby Grabbeer. Chinesische Friedhof auf Lombok hier. Ah, die Julia und Alicia gucken die Kühe da. Ha da, die Süße. Mach nix, mach nix. Ja. 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 Ja.